Prozent ja ein bisschen Action was denn BEDDIEHNUNG DAS BIER es gibt's ja wohl nicht erst wenn wir es geschafft haben nein wir können wir haben das Siegesbier ich will ein wir schaffen das jetzt ich brauch ne Vitalisierung Vitali-Bier nur das wir diese Marke nicht trinken ja besser ist das billig Bier trinken ey es ist ein edler Tropfen durchaus ja danke ich reiz für alle ahahahahaha ja das wollten wir ja gar nicht hin jetzt steh ich das ist doch nicht mein Problem oh je oh Gott jetzt so jetzt machen wir das können wir es doch nur machen können ja nee doch nee du ist jetzt verdammter guck da oh nein woher sind sie beide homie Missiles homie Missiles ja 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 hat er mächtig schwein oh seht wie radikal er ist ja das ist ein echter Pro-Gamer voll durch wie ja sag ich dir ruf und rein wer ist da ich war erst da hoho so ich kann sie jetzt voll zu sparen mit dem Feuer ich darf es noch nicht verlieren so los jetzt los jetzt los jetzt los jetzt und Ja, da läuft der einfach nur noch. So, nun aber! Ja bitte... Guck. Wär das auch geklärt. Spam das Feuer, spam das Feuer und so weiter. Kann ich's machen. haha voll mit feuer das war's mit unserem schönen feuer wir sind alle klein ja nicht gut und das wasser kommt voll drauf nein los jetzt kommt der flugschiff nein nein das flugschiff ja ob er recht behält jetzt kommt es und dann sagen sie oh mein gawd und dann siehst du da ist der ankerpunkt da hält es und holt ich weiß nicht warum hält es doch überhaupt in welt 4 unsere wasservoräte sind knapp und schnell holen wir uns salzwasser wo die ganzen fische drin rumschwimmen oder ich weiß nicht oh hier gibt es auch noch in Münzen nein hier ist die ganze Kamera raus gibt es aber eine welt ohne Münzen nein ich hoffte der ankerpunkt wäre ohne Münzen oh jetzt geht das hier los wir müssen hier direkt haha weg uns alles weg uns die lustigste Dinger DIE Dinger hab ich noch nie verstanden ich find die cool das freut mich voll ins feuer und verschwilzt das weil es nicht Plastikspielzeug ist oh 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 er läuft wieder und läuft warum hast du die nie verstanden? das sind halt Spielzeuge ja sicher aber ich versteh nicht wo sie herkommen wo kommen sie her wo gehen sie her das ist egal äh 6 Golden Coins wo wow Mamma mia äh ne ach das bin ich sieh eine an naja dann kann ich mich schon mal vorritten aber ne schöne Idee ja oh Gott ich komme mir nicht hoch wo ich Anlauf führe aber dann rückt mich das Ding da WUHUUU boah das war knapp aber muss nach links ach was ist denn jetzt los ich dachte da kann man runter suchen ja Alter auch voll runter so Alter ja auf jeden haben wir eigentlich in jeder Aufnahme irgendwelche komischen Sachen ja Ghetto aus so sind wir Ghetto aus boah da sterben wir ich sterbe naja das ist auch gut du kannst dir glücklich und froh ich behal das da mal auf dem Hinterkopf auf dem Hinterkopf auf dem Hinterkopf oh nein jetzt ist da der Typ da drin ja und er wartet da sogar weil er so fies ist oh ja oh hat sich gelohnt los gehts nein wir müssen da unten runter da ist bestimmt was okay man will ja dann Töte den Teuerspeyer den Spyro hat es sich für dich gelohnt? ja ein Leben da unten hingegen sollte man vielleicht sein und die Physik Engine mit ihren zerstörbaren Kissen ist einfach nur geil boah oh ähm ach ah hätte man vielleicht nicht gleich rein gehen ne hätte man geduldig kommst du? kommst du? kommst du? doch mal cool hehehe und eine öffne die kriegen wir eh wieder ja aber dann sind wir trotzdem nicht so schön weit wie wir grad eben doch 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 wir haben die Hälfte ist drin sag ich mal die Hälfte ist drin Gott ist aber auch das Erste deswegen ist es so kurz und knack so und jetzt hier sind jetzt die ganzen Geheimnisse darunter steckt dein Filz nein ohhhhh wir kommen doch wieder stimmt irgendwo hin irgendwo her war das auch nicht so gut das war das Beste was man tun können kommst du? muss man echt aufpassen was? ist schon schwieriger als man denkt irgendwie hurra und und ich sag's noch super dieses dieses naja warum warum leicht wenns schwer geht wir haben schon längst keine 100 Leben mehr das verunsichert mich das das zieht halt um meine Vision wo du sagst hier kommt wieder und ahhh ist doch noch Münzen ja weißt du wär da noch was drin gewesen war's aber nicht ne anscheinend nicht hinterher kann man immer ja ne was ist denn das? ich springe und springe und plötzlich Benjo ha 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 so bin ich das erste mal gestorben geschafft ahhh superschön siehst du jetzt kann man dann wieder kommen wenn man möchte aber muss es nicht boah da kann man von hoch dir ist egal ja ist doch besser so aber jetzt empfohlen du es wie denn ich bin du 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 da oben wo das ding kommt da muss man runter ja hier muss man wie cool das war wie cool das war aber gestorben bin ich die flammen verheeren alles wenn Feuerbombe dann Bombe Puh geschafft yeah das muss man nur nicht verrecken das sag ich dann weiß ja nur wie es klingen muss verrecken ey na komm doch mal hier ist aber schon was in der Mitte hat sich ja gelobt ich find's auch schwachsinnig moah da ist er der will es doch bestimmt töten wie hängt denn hier links Eikol Schottkern oh da brennt es da muss man aufpassen wenn wir auf jetzt hier du musst dich drehen vielleicht da habe ich gut gemacht was also es hat sich doch das Feuer tötet verrückt naja Mensch das aber ich muss trotz allem sagen auch trotz dieser Probleme im Schloss die wir da hatten mit diversen genau die sich so drehen äh sind wir doch ganz recht flott durchgekommen und jetzt hier wieder in Level 5 äh Welt 5 und diesmal auch zurecht diesmal zurecht ja durch auch ohne alles mögliche also wir alle ähm ich brauch ein Bier gut dann verabschieden wir uns hiermit und wir hören uns sehen uns gucken uns spielen uns ich sehe die anderen nie irgendwie ich weiß auch nicht also wenn ich das hier aufnehme habe ich keine Astralprojektionen von den Leuten ne das ist aber schlecht auf jeden Fall bis zum nächsten Mal ja definitiv ok was sagt tschüssi und der Käpt'n sagt äh was sagt man denn da sowas arrrrr sehr gut esst mehr Fischstäbchen